Dann sind wir in der Versilienbericht, wo wir gar noch zu geben. Schön ist die Jugendart, bei hohen Zeiten. Schön ist die Jugendart, sie kommt nicht mehr. Weit bist du blöder, durch Leben streitet. Und ich bin echt zeilsam, im Herzen leeren. Dann guck dir auf, drum sag ich noch, was sagen wir? Schön ist die Jugendart. Schön ist die Jugendart, sie kommt nicht mehr. Echt mal! Sie kommt, sie kommt nicht mehr. Echt nicht. Kommt niemand wieder her. Schön ist die Jugendart, sie kommt nicht mehr. Das ist die Jugendart! Sind das ist die Jugendart. Wir müssen hier ein Instrument aktivieren. Ich ist die Jugendartigke. Das ist die Jugendartigke, dass sie sich auch ein bisschen auf die Reihe singt. Das heißt, ich würde gerne die Jugendartigen für mich und meine Lichter und noch etwas hochschalten. Hör uns weiter nach rechts, Jag poni und ihr auch! Sehr gut! Wie geht von links nach rechts und wirute. Und dann kommen wir zurück, beginnen alle Club Freitjes. Und dann kommt es wieder so. Drum sage ich noch. Aber was sagen wir? Schön ist die jungen Samen. Schön ist die jungen Samen. Sie kommt nicht mehr. Ja, ja, ja. Sie kommt, sie kommt nicht mehr. Sie kommt niemals wieder her. Schön ist die jungen Zeit. Sie kommt nicht mehr. Weißt du, Blumen? Auf Blumen und Heiligung. Sie werden alle. Lebe ja alles genau. Und so das Menschenherz. Wer einen Kämpfer blüht. Und blüht zu uns weiten Haar. Nicht mehr wie der Haar. Kommt ihr noch nicht? Und dann sag ich noch einmal. Schön ist die jungen Samen. Schön ist die jungen Samen. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Kommt niemals wieder her. Schön ist die jungen Samen. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Sie kommt nicht mehr. Vielen Dank.